Simon, die bitte auf Platz 3. Und auf Platz 4 rührt Roman, Blaser Niklas, Koller, Martin, Ortsmann, Beda und der bitte wieder Roman mit dem Steiner Michael, die auf Platz 4. Und 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 auf Platz 4. Der Bernhard Michael wird auf Platz 3 gesucht. Bernhard Michael bitte auf Platz 3. Dann möchten wir im Namen von OK einen Zuschauer ganz speziell begrüssen am Rücken-Schwingen. Und zwar ist das der Albert Steiner von Halbbrunn auch als Achtel-Albert bekannt. Wir haben heute den 60. Rücken-Schwingen. Und er ist heute zum 60. Mal am Rücken als Gast. Ich glaube, das ist eine spezielle Leistung. Und es ist noch nicht ganz alles. Er hat heute noch Geburtstag. Und zwar wird er heute 89. Heinzki. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.